Die regelmäßige Anwendung von Fluoriden verhindert Karies durch mehrfache Effekte. Fluoride fördern die Wiedereinlagerung von Mineralien aus dem Speichel in den Zahnschmelz. Sie hemmen aber auch die Entkalkung der Zähne. Sie wirken zudem antibakteriell gegen Karies erzeugende Bakterien. Sollen Zähne lange gesund bleiben, brauchen sie unter anderem Fluorid. Die ersten Milchzähne ihres Kindes sollten sofort nach dem Durchbruch einmal täglich mit einer erbsgroßen Menge fluoridhaltiger Kinderzahncreme geputzt werden. Jedoch wenn möglich, keine Cremes mit Frucht- oder Bonbongeschmack verwenden, denn diese verleiten zum Verschlucken. Ab dem zweiten Geburtstag sollten Kinder die Zähne zweimal täglich mit fluoridhaltiger Kinderzahncreme putzen. Ab dem sechsten Geburtstag zweimal täglich mit fluoridierter Erwachsenenzahncreme putzen. Fluoridchilis und Lacke oder Lösungen bitte nur nach zahnärztlicher Anweisung verwenden. Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, sprechen Sie uns bitte einfach in der Praxis an oder vereinbaren Sie einen Termin. Wir sind gerne für Sie da.